Im Internet geht derzeit ein neuer Trend um das sogenannte Chatroulette. Was halten Sie davon? Ich finde es ein bisschen blöd, dass man sich nicht registrieren muss und somit jeder Zugriff hat auf deine Daten und dass jeder die Sachen kann auf der Webgang. Ja, es ist sicher eine gute Idee. Man kann Kontakte knüpfen. Im Internet geht derzeit ein neuer Trend um das sogenannte Chatroulette. Haben Sie davon schon gehört? Ja, ich habe es kurz im Radio gehört, aber nichts genaueres. Und was halten Sie persönlich davon? Ja, ich finde es nicht so schlecht eigentlich, vor allem, weil man so sieht, mit welchen Personen man redet. Ich finde es nicht so gut, da sich jeder einfach ins Internet stellt und alle können zusehen. Also ich persönlich finde es nicht gut. Sie würden es auch selbst nicht ausprobieren? Nein, würde ich nicht. Also finde ich nicht gut. Ich wette halt auch nicht, dass jeder sieht im Internet, dass mich jeder sieht. Ich liebe lieber auf Facebook. Nein, ich würde es jetzt nicht machen, weil ich habe noch keine Webcam daheim und extra kaufen. Würden Sie selbst da mitmachen? Ja, ich glaube schon. Ja. Haben Sie dabei keine Angst, dass auf der anderen Seite vielleicht ein etwas schräger Typ sitzt? Ja, vielleicht schon ein bisschen. Aber ausprobieren würde ich es mal, glaube ich. Ja, das schon. Aber wenn man es sieht, dann kann man es irgendwie besser einschätzen, als wenn man nur schreibt oder so. Ja, finde ich. Vielen Dank. Vielen Dank.